hey und herzlich willkommen zur zwölften folge von feit 3 heute ist wieder feit am start und er schon scheint ja wir haben wir gerne auch schon also gehen wir drauf ja okay es ist schon so ja ich bin halt echt nicht bei der kiste ich laufe damals sind jetzt sind beim blutrock und bei mir wenn ich kühle mal kurz weil die auf der kumse zentieren zweiter sonst ist das bautet nach dieser endermann der teleportiert sich die ganze weg ich habe eine für dich aber nicht wieder hier aber immer wieder eine was zurück ich laufe zwar zu den kunden hat er ist ja ganz so dumm also zu dir meine ich erst mal ja ja ich bin so durcheinander irgendwie ja bitte gut hin auf ihr sollt reißen also ich bin gleich da auf jeden fall ja noch ein paar sachen weg meine tastatur liegt auch wieder komplett komisch das brauche ich fühle so viele sachen mit was man nicht braucht pfeile das kann er wegschmeißen kommst du zu die kiste oder zu den karts ich bin bei der kiste also was ich habe jetzt noch mal schutz 2 gut gut ich trock mal hier die redstone fackeln raus dass du deine gott hot 1 auf dem weg nein nein ich bin ganz jürgen so random so wahnsinn achtung passt bitte darauf dass keiner kommt essen könnte ich eigentlich auch noch was da lassen aber unsere kiste ist so übertrieben wir können eigentlich 1 der kohle behalten den rest hier raus ich glaube ich habe alles was wir sind jetzt hier über die korts oder wir müssen laufen naja jetzt müssen wir weit laufen wir müssen auch komplett auf die andere seite ok das war und ich hätte minus 200 und 200 machen müssen ja ich treffe nicht mal den spinnen leider keine ende du hast den dran kann auch ja 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 ganz wichtig wäre dass wir uns gegenseitig nicht schlagen und ich glaube er hat einen guten bogen und die koppel ja kann man die karte ist eine folge noch mal angeschaut ja kann man die koppel mit wasser weg krieg ich dann bis zu steuern ich kann ja was ob ihr bei mir sind wir da gehen wir richtig das war noch mal die korte wir müssen hier lang alle ich bin zu wo ist das warum bis zum sport was doch ich check gar nichts mehr 200 und minus 200 ja denkst du schon also müssen wir doch darüber wir waren doch fast richtig es kann ja ganz sein warte schau kurz noch er doch 200 und minus 200 ich hoffe das stimmt hier lang geht es war wir müssen hier bist du da ja hier lang müssen wir sind immer der profi unterwegs ja er macht nichts ich habe es aber mit jahr geht es wird stimmen ja eigentlich wirst du hier sagen hey jetzt sind wir also ich bin so ein retard jetzt sind wir bei zwei hunden bei 0 und minus 200 da doch mir dann noch über wo das ist ist da ist dann schon schlaue hören das war jetzt davon also er passt sind aus der teile ja wie viel ich glaube mir mal 10 oder sowas gibt es jetzt das 37 du hast 37 warte weil ich hatte 39 gleich den stein also du gibst den stein ja ja lage alles klar ja mach all los hä cd countdown auf so ja was jetzt countdown oder nicht ja mach ja mach Okay, 3, 2, 1, go. Er geht einmal auf den Bogen. Ich lasse ihn mal ein bisschen schiessen, weil wir haben wieder nicht zu viel Pfeile. Er wirst? Nein, nicht. Boah, was hat er für einen Bogen? Der hat mindestens Power 3. Echt? Bei mir macht er halbes Herz. Bei mir macht er ein volles Herz. Er braucht fix gleich das Spinnennetz. Ich habe einfach noch keinen einzigen getroffen. Okay. Wir müssen halt immer zusammen bleiben. Wenn einer ins Spinnennetz kommt und er drauf geht, muss halt der andere auch voll drauf. Ja. Bei trifft nichts. Oder wenn er dann weiter rennt, einfach befreien. Aber nicht weiter drauf rennen, der andere. Da sind zwei Leute, da sind Ricky, die sind halt nicht so stark, glaube ich. Also nicht so stark wie die Ängsten vom ganzen Projekt, das meine ich. Ja, kann sagen. Ja. Ja. Fuck, Alter. Triff nicht so gut. Ihr habt nur noch 30. Okay, drei Teile. Es geht. Fuck. Wurde ausgleichen, aber da hat er mich trotzdem erwischt. Hm. Er will uns blicken wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja, aber es schafft er jetzt nicht so einfach. Hm, hm. Alter, er macht gerade damage. Was ist denn da los? Och, Mann. Gar keinen Bock auf so einen Bowfight. Ja, verschießt nicht mehr Pfeile als B, also. Ja, trifft aber echt gut. Hm. Wirst du? Ja, der wird genug Pfeile haben. Wirst du in das Biom gehen? Ja, warum nicht? Ja, lass den mal hinterher. Warte, ich laufe mal ein bisschen über rechts. Pass auf, es ist der La. Oh, das war doch ein guter. Hey, du bist der La. Ist auf. Ja, ja, ich bin gleich da. Ich geh mal drauf, okay? Ja. Ja, ich bin schon drin. Boah. Pass auf, ey, da kommt er noch aus. Okay, hab ihn, hab ihn. Danke. Ich bin Half-Life. Ja, dann erstmal ein bisschen defensiver. Okay, ich bin noch immer ziemlich drauf. Ich weiß heute echt nix. Hey, pass auf, ey, bei mir holen. Ich gab gleich, glaube ich. Ja, ich merke. Ja, ich renne erstmal nochmal zurück zu dir. Ja. Bleib bis auf Abstand. Boah, du bist nicht direkt. Nein, ich gab einfach, ich sucht nix. Hä? Ja, okay. Dann aber jetzt drauf. Dem ist dein scheiß Kogelbst. So viele dürfte nicht mehr haben, ja, circa 12. Okay. Okay. Okay, jetzt hat er gut genommen. Oh, die Koppe. Das war sein letztes, glaube ich. Mhm. Bist du hinten dran? Ja. Okay. Kannst du mich boosten? Nein, der Perle. Nein, der Perle. Siehst du ein Goldgas? Ja, Lollweiser. Hier bei mir. Okay, gut. Okay, gut. Also es sind noch zwei andere auf dem Server, gell? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber es sollte nicht das Problem sein. Ja. 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 Was macht er jetzt? Er rennt zum Sporen? Der will jetzt aber nicht in den Niedern, oder? ich habe das gefühl der will uns dringend anderen gegnern locken ja das kann sein sondern das an die anderen doch man als erst mit den abgemacht ja das stimmt ja war die chance mal skippt an die anderen aber die sind nicht so gut oder nicht nicht folgt ihr erfreitet jetzt gegen die das der läuft bei mir oder was passiert kommst du mit bei mir achtung rennt weg fach wo bist du das schwede bist du da bist du da eine perle hinterher scheiß drauf ich hab den gleich aber wir sind beide hinten drauf bei mir das ist halt scheiße das meine halt einfach komplett weg rennt er war solo bist du koordinaten minus 200 er ist tot minus 200 und minus 100 bist du es vor mir doch 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 ja genau genau ja ich renne hinterher der ist vor mir ja okay dann gerne dennoch ist nix wenn wir den killen ist ein einzeln ist er im wald nein ich habe den größten fehler gemacht wird unter vom baum er ist im wasser wie sie die 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 anfinden er ist in der höhle habe ich drauf ich gebe noch mal und dann gehe ich drauf ja okay wo bist du ist sie gelandet habe ihn ja der hatte gar nix ist der kanil und nix hier in der höhle soll ich kurz sc ich retten mal wieder auf die freie fläche richtung sport aus dem bluetooth da war nichts mehr gelegen okay passt ja dann rückkommen auf die offene fläche ja da liegt nichts mehr ich bin so verpeilt jetzt jetzt weiß ich wo ich lange muss wie viel steine dabei hatte haltbarkeit bogen okay die hatten halt echt richtig schlechtes equipment man ja der hatte einen haltbarkeit bogen schärfe zwei schwert aber die ja und sonst bist du das auf dem stein der passt ja komm gehen wir spawnen oder sie ist noch da gibt gedacht der meteor hat ja das wundert mich eben auch die sonne die gott wirklich aber der war auch schon ein bisschen von uns davor noch angehüttert und ich weiß nicht ob der goldäpfel hatte weil wenn er keine gehabt hat oder vielleicht hat er nur zwei oder so und hatte ich schon benutzt gegen uns das kann sein ja gar keine ahnung was der an healing hatte das baum ist schon wieder da du bist eh hinter mir oder ja das denken vor sich das warte ich muss mal essen dabei macht es ein wir haben zu zweit auf den reingekloppt auf dem ricky hier aus born und der hat trotzdem so lang überlebt wir halten jetzt auch drauf zehn sekunden wo bist du mit der bestest ja stimmt das hätte bedeutet dass er in den händen ja 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 leute das war die zwölfte folge und wenn es euch gefallen hat lassen leichter dann schaut doch beim alex vorbei und sonst würde ich sagen haut rein tschau servus wir haben wir haben wir haben wir haben Untertitelung des ZDF, 2020 BYE BYE